Nerven Was soll der Scheiss jetzt? Jetzt kommt es nicht eh schon! Dann kommt der. Das ist ja eine Doku von Yama Haul. Also klar, klopft das immer schön rein. Ich darf ihn Frank nicht filmen. Das heißt, das ist die ganze Zeit nur auf dem Büro. Die ganze Zeit ist nur drei Stunden lang. Heute ist er trotzdem hier. Das ist die ganze Zeit. Das ist die ganze Zeit. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018